Ich war heute den ganzen Tag mit meinem Alfa Romeo Giulia aus dem Jahr 1972 unterwegs. Ich habe mich damals in das Auto sofort verliebt und musste es einfach kaufen. Ich nutze somit jede Gelegenheit und drehe eine Runde bei mir in der Region. Aachen liegt ja am Dreiländereck und hier gibt es so einiges zu entdecken. Aachen liegt am Dreiländereck. Deutschland, Belgien, Niederlande. Hier bin ich gerade in Pfahlsbruck, nur wenige Autominuten von Aachen entfernt. Weiter geht es ein paar Kilometer über die Mergelandroute. Die kann man wunderbar mit dem Fahrrad oder dem Auto erkunden. Schaut euch mal diesen Ausblick an. An jeder Ecke möchte man halten und die Aussicht genießen. Für mich ist es Erholung pur. Die Straßen sind gesäumt von herrlichen Landschaften. Besonders jetzt, wo endlich alles anfängt zu blühen. Ich habe nicht immer eine bestimmte Route, die ich fahre, sondern mache sehr viel spontan. Rechts ein spannender Weg? Ja, dann fahre ich einfach mal da rein und schaue, wo ich auskomme. Das ist das Castel Blomendal. Immer ein Besuch wert. Hier gibt es wunderbare Räumlichkeiten. So einige Feste habe ich hier schon gefeiert. Jetzt gönne ich mir hier einen Cappuccino und ein Stück Kuchen. Und dann geht es wieder ab nach Hause. Mal schauen, wo ich als nächstes hinfahre. Da kannst du sagen, schmackofazzo.